Mein Name ist Ella. Ich bin Geschäftsleiterin des Tech Hub K67. Wir sind ein Community Space für Startups und Unternehmen mit ganz vielen Tech-Unternehmen und Startups. Und deshalb war es für mich so schön, hier auf dem Women in Tech Summit zu sein, weil sich diese ganze Community auch hier wiederfindet und hier auch mit viel mehr Frauen. Erstens das Gefühl, mit so vielen Frauen im gleichen Raum zu sein. Also bei der Opening Ceremony waren glaube ich über 1000 Frauen in einem Raum und ich muss sagen, das habe ich glaube ich so noch nie erlebt. Das war sehr inspirierend und die Stimmung war großartig. Ich nehme mit, dass man, also das Potenzial ist da, man muss nur noch mehr tun, um weibliche Gründerinnen irgendwie zusammen zu bekommen, auch bei uns im Tech Hub. Und ich habe ganz großartige, weitere Frauen aus NRW kennengelernt in der Delegation. Auf jeden Fall, wenn man einen Eindruck darüber bekommen möchte, wie Tech in Polen ist, die Mehrzahl der Frauen hier ist definitiv polnisch, aber es ist auch ganz international, was auch spannend ist, mit Ländern, mit denen man vielleicht in Deutschland nicht direkt so Kontakt hat, zum Beispiel Usbekstern. Und ich denke, das ist sehr inspirierend, wenn man sich einen Überblick schaffen möchte über die Möglichkeiten, aber auch, wenn man Fachkräfte gewinnen möchte.